Aber wir werden wahrscheinlich auch niemals einen Hasen finden. Da, guck's dir an! Scheiß Cheater! Ja, du! Guck mich nicht so kacke an! Getroffen! Oh, Bohnen! Bohnen brauchen wir aber auch nicht. Wir brauchen nur einen verdammten Hasen. Ich frage mich, ob wir uns jemals zurückfinden. Irgendwas macht hier sehr komische Geräusche. Ein Wolf. Ne, ein Wolf bringt mir nichts. Ja, genau. Wieder ist mein Pfeil einfach abgeprallt. Stahltiere. Der ist runtergefallen. Das ist nicht schön. Den kriegen wir nicht wieder. Ich warte immer noch auf einen Hasen. Elke. Nein, 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 nein. Ah. Ja, es gibt hier viele Elke, aber ich brauche halt einen Hasen. Nein. Ich muss ja jetzt weglaufen. Ja, auf jeden Fall kriegen wir viel Fleisch. Also werden wir die alle mitnehmen können. Also mit dem können schon, aber wenn überall auch eine Elch drin ist, wo Elch dran steht. Naja, zwei haben wir schon mal. Drei, vier, fünf, vier, vier. Ich glaube, vier waren es. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Hallo, ich suche Hasen. Kein Wunder, dass wir keine Hasen kommen können, wenn hier drei Milliarden Elche sind. Scheiß Baum. Lasst euch nicht stören. Nein, macht den Körper da weg. Jetzt. Ach, die haben nur noch 36 Pfeile. Und aber noch keinen Hasen. Aber tonnenweise Elche. Die wir alle nicht brauchen. Perfekt. So. Also Elche haben wir jetzt mehr als genug. Das waren zwar nur wieder zwei, aber wir haben genug. Wenn jetzt unsere restlichen Pfeile nur noch auf Hasen verschließen, die wir sowieso nicht treffen oder töten können. In der Hoffnung, dass wir vielleicht doch irgendwie einen kriegen. Oh. Ich weiß gar nicht, ob man sterben kann, aber ich glaube nicht. Vielleicht weiß ich es auch nur nicht mehr. Hm. Hüpf doch. Hüpf. Ah, sieht so schön aus. Die Zahne strahlt. Die Hasen haben wir trotzdem nicht. Ist es nicht super. Aber man kann nicht sterben. Ja. Ja. Ja gut, man hat auch keine Lebensanzeige. Vielleicht kommt das noch. Wie gesagt, ist ja noch Alpha. Dafür werden wir umso mehr in Gothic sterben, wenn wir das Dintel anfangen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich es auch schon angefangen. Wenn die Folge hier kommt, wer weiß das schon. Vielleicht dauert es dann auch noch eine Woche. Hm. Mal sehen. Das ist echt nicht schwer. Keine Musik. Niemand redet. Warum redet hier eigentlich niemand mit mir? Hm. YouTube, ihr könntet ruhig mal reden. Ihr habt alle einen Mund. Oder Tastaturen für Kommentare. Aber ihr müsst reden. Viel reden. Ich fühle mich sehr einsam. Ich hätte gern so einen kleinen Freitag an meiner Seite. Robinson und Freitag. Ach, wäre das schön. Wir können nicht hüpfen. Das ist nicht schön. Ah, jetzt. Wir laufen, glaube ich, nur im Kreis. Naja. Ja, ja, ja. Könnten wir jetzt mal so einen verdammten Hasen hier irgendwo finden? Sonst muss ich langsam laut werden. Und niemand mag es. Das sind Hase. Das sind Hasen. Die alle weglaufen. Hm. Das ist ein verdammten Scheißvieh hier. Man kann hier auch nicht schießen, weil hier einfach zu viel Mais im Weg ist, wo man überhaupt nichts sieht. Nein. Bleibt ihr sitzen? Ja. Und er ist weg. Und wir haben den Hasen bekommen. Gott sei Dank. Was ein Krampf. Gut. Wo ist zu Hause? Hat sich das jemand gemerkt? Sehr schön. Sehr schön. Ich nämlich auch nicht. Blub. Man könnte auch unter Wasser bauen. Man stirbt ja nicht. Hm. Ja, wir werden das zu Hause schon wieder finden. Ich sehe da keine Probleme. Hm. Da hinten Schneeberge. Da fahren wir. Aber da ist auch ganz viel Mais. Und wo Mais ist, ist zu Hause. Und wo Mais ist, ist zu Hause. Hm. Die Sonne scheint. Es ist alles gut. Ich glaube, wir sind hier wirklich wieder zu Hause. Da hinten müsste unser Haus sehen. Oh, dann brauchen wir nur noch die Bretter. Voll gut. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was wir dann machen könnten. Weil Tailoring war Pilz. Ich glaube, Butchery. Mit Butchery können wir dann Pilz machen. Und dann können wir Tailoring machen. Oh, da ist unser Haus. Oh, oh. Ah, jetzt. Da war man einmal kurz nicht da, laufend auf die Wölfe rum. Wie das Zeug steht an meinem Herd. Mein Herdfeuer. Also, ich möchte bitte das hier. Können wir nicht. Ähm. 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 So. Dann machen wir uns Bretter. Und dann haben wir Bretter. Und dann können wir das Buch machen. Nein, nicht hauen. Das dauert noch einen Moment. Was machen wir so lange? Alter, wo kommen die ganzen Bäume her, wo ich jetzt zeige? Hm. So. Wir sind jetzt ja einmal rumgelaufen. Achso. Wir könnten ja jetzt eigentlich schon mal schmieden lernen. Dann haben wir noch 20 Skillpunkte. Schmieden. Oh, kostet gleich das mal 10. Metalworking. Kostet noch mal 10. Ach, nehmen wir mit. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt einen Tisch sparen. Eine Schmiede. Hm. Ich weiß gar nicht, unter was wir das finden. Ja, gute Frage eigentlich. Wo war jetzt hier eigentlich hier ein Bucket? Wir brauchen mal Pitch. Pitch. Woher kriegen wir Pitch? Ah, irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem Linkchen hin war. Kriegen wir, glaube ich, Pitch raus. Oder war das am Lagerfeuer irgendwo? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ah, das müssen wir noch machen. Dafür brauchen wir acht Steine. Und 33. Wieso brauchen wir denn jetzt so viele Bretter? Oh, oh, oh. Inventory ist voll. So. Dann bringen wir gleich noch ein paar Dinger dahin, Docks. Dann können wir noch ein paar Bretter machen. Wir brauchen jetzt scheinbar für jeden Scheiß Bretter. Hallo, wie Inventar ist voll? Gib mir das. Ah, ist das schön. Eigentlich waren wir schon 22 Tage tot. Oh, jetzt habe ich es falsch reingepackt. Hier sollte es hin. So. Also wir brauchen 33 Bretter und acht Steine. Das heißt, wir könnten eigentlich auch gleich Steine mitnehmen. Acht Steine. Das heißt, wir müssten zweimal laufen, dann nehmen wir gleich zehn Steine mit. Das ist gut. Es geht einfach nicht. Warum? Hm. So, weil da eigentlich viel zu viel Holz drin ist. Verdammt. Also müssen wir erst das Holz wegbringen. Schon wieder ins Falsche. Sehr gut. So kann man seine Zeit auch verschwinden. Ja, wir müssen das Haus unbedingt weiterbauen. Aber ich will halt eigentlich gerne aus Stein bauen. Weil ich keine Lust habe, immer wieder das Holz aufzufüllen, weil es da weggammelt oder keine Ahnung was. Damit ist es verschwindet auf jeden Fall einfach. Ja, wir haben einen Skillpoint. Wieso haben wir eigentlich schon wieder so wenig Vitamine? Wir haben fast nur Vitamine gegessen. So, wieder ein bisschen mehr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020